Heyo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute untersuchen wir das Backpack Kernwand. Hier waren wir glaube ich noch nicht drin, Schatz, oder? Hey, da sind ja auch mal ein. Und hier kann man auf jeden Fall eine Funktionszelle bringen. Was haben wir hier oben? Schlüsseler forderlich. Na, da müssen wir jetzt erstmal einen Schlüssel suchen. Aufklärungsverrichtung von Knappe Schulz von der Bruderschaft. Das Bergwerk Kürrwund ist beinahe vollständig überflutet. Da ohne Power-Rüstung oder ein paar kräftige Lungen hinabzutauchen, wäre reiner Selbstmord. Zu schade. Meine Spürnase sagt mir, dass da unten feine Sachen liegen könnten. Irgendwie muss man in diesen verschlossenen Raum hinein gelangen. Da hat er wohl recht. Oh Herr. Hier geht es aber richtig runter. Oh oh. Ja toll, komm ich jetzt hier runter? Wieder rauf? Ich bleibe nur unter Wasser. Also, guck mal. Also, guck mal. So, guck mal. Oh, guck mal. Das ist viel. Hier wird es noch weiter. Da sind wir ja rausgekommen. Hier sind wir rausgekommen und ich habe hier hinten noch einen Weg gefunden. Meinst du erstmal allen guten Morgen sagen? Du versteckst dich hier drin. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Hier wird es bestimmt irgendwo zu verwerten geben. auch ein schlüssel erforderlich wo ist denn der 51b lila weil wer es haben will könnt ihr gerne anschreiben betreffend verabreden und sondern das wenn der 51 b hat also ich habe sie leider nicht aber immer noch kein schlüssel drinnen gewesen gehen wir mal nach hinten weiter weil von da kommen wir hier weiter hier weiter hier weiter müssen wir doch werde wieder zurück also gehen wir jetzt hier und tauchen mal da unter mal gucken wo wir hier kommen woher Wo sind wir denn jetzt? Nein, ich muss jetzt mal was trinken. Wo sind wir denn jetzt? So, wir haben uns hier ein Lobby komplett veröffentlicht. Ist hier irgendwo auch was, was man dann abbauen kann? Ach, hier waren wir schon. Hier ist der Anfang. Okay. Dann müssen wir wohl nochmal runter. Was? Wo bist du denn? Ich bin wieder hier in den Schacht gehüpft. Jetzt müssen wir einen anderen Weg finden. Kommt man jetzt gerade aus? Komm mal hier an die Seite. Hier ist... Dann machen wir nichts weiter. Ich höre noch was. Nein. Hier ist... Dann müssen wir hier. Dann müssen wir hier lang. Wah. Ja, ich bin tot, Mann. Oh, shit. Ich bin tot. Dann schweißig, pard. Dann schweißt du mir. Dann schweißt du mir da jetzt. Okay, wir haben schon. Es geht um Witz und hier noch ein paar Mal hin Soll er hin Kann ich dir gehen? auch nur im Null hier. Wo geht's denn hier lang? Wo ist der Unterwasser? Ja. Bin jetzt hier wieder bei dem Schach. Bin ich denn jetzt hier? Hä? Ich bin zu beladen, wenn ich schon irgendwie gut bin. So. Also ich finde hier irgendwie den Schlüssel nicht. Ja, mal weiter sitzen. Ich hätte auch gelacht, wenn er nicht hier irgendwo wäre. Und was, wir machen den Rest jetzt mal kurz zur Zeit, Raphael. Ja, hier ist deine Tasche, Schatz. Ich muss jetzt auch nur im Wasserspiel sprechen. Ja. Ja. Warte, ich... Ich muss... Ich muss... Ich muss mich bei dir... Ich muss... Ich muss... Ich muss... Irgendwo was geben. So. Jetzt muss ich jetzt mal... Was finden zum auftauchen. Hier muss ja irgendwo... Der Schlüssel sein. So. Ich geh jetzt irgendwo hier hin. Oh, ich... Gibt's hier nix mal auftauchen? Hier vorne. Ey. Ne, ich hab die Schnauze voll jetzt mit dem scheiß Wasser hier. Oh. Das zweite Mal. Jetzt hab ich aber die faxen dicke hier. Weinen. Das ist die Schnauze. Ich bin eh voll. Oh. Ich bin eh voll. Ich glaub, wir sollen dann auch noch paLost dein Tor, oder? ziehen. Damit soll man ja ein bisschen länger atmen können. Ich komme mal wieder hier den anderen Weg hoch, ne? Wie geht's auch, Bratella? Das geht, was ich hier machen soll. Hier bin ich. So, ich nehme jetzt eine Power Rüstung. Ich werde aber, ne, die Bagger Rüstung. Was ein Ding? Die Bagger Rüstung. Ja. Die soll ja Atemgerät und alles dran sein. Ja, das geht ja auch nicht nochmal an was, also der Neue ist. Ja, damit hast du Atemgerät und solltest nicht verstrahlt werden. Und bloß hier muss ja irgendwo was sein, wo ein Schlüssel ist. Hier ist ja auch noch ein Tunnel. Den habe ich aber auch noch nicht gesehen. Ich kann es nicht sehen. Hier ist ein Loch in der Wand. Hier ist es ein Loch in der Wand. Und dann geht es nicht mehr. So, dann gehen wir mal weg. wir müssen hier nach irgendwas suchen was schlüssel haben könnte oh man das bleibt mir hier das heißt auch die Wände abkommen irgendwo muss er was sagen hier mal hier lang schrott, Benzin stopp jetzt sag ich mir hier stopp wie stopp ich hab hier jetzt noch eine kiste entdeckt Bauplan Impulsmine und eine Splittergranate oh hier ist nichts ich geh gleich hier ja komm mal hier her hier ist ein Bauplan den wir noch nicht hatten Mann ich bin überladen was wissen du von mir ja ich bin auch überladen schnell wie hoch deine rüstung wird krank ja toll nt ihr mal wäre euch schnell zu verfolgen was da weiß ich nichts im Bauplan ist das nicht verarschen Oh man, ich fliege hier raus, ich geh jetzt um. Eine Schnellreise können wir nicht machen, dann müssen wir jetzt irgendwie den Weg wieder ausfüllen. Fuck, sind Dicke hier mit dem scheiß Wasser hier. Gehen wir hier lang. Hier schon geradeaus. Hm, ich sehe auch was. Hm, deine scheiß Berghöhle hier. Und dann müssen wir hier jetzt lang. Ne, doch nicht einzuprülen. Toll. Na, aber da. Da sind wir jetzt hier. Aber hier war ja auch nichts. Wo ist denn dieser scheiß Schlüssel? Wo ist denn jetzt hier raus? Hier vorne. Mein Gott. Ja, wir gehen gleich wieder raus. Dann müssen wir jetzt einfach noch hier durchstückeln. Und dann sind wir gleich draußen. Wir gehen wieder raus. Und dann müssen wir da raus. Ja, da gibt ja keine Auswege. Es kommt sogar ein bisschen aus dem Arsch hier. Ja, aber irgendwie müssen wir ja hier den Schlüssel finden. Ja. ich lasse ein paar rüstungen gleich an rausgehen hier noch hier waren wir noch gar nicht wiederbekommen ja da sind wir auch schon fast wieder draußen müssen wir jetzt hier rum und dann da hoch wir irgendwo was übersehen haben es kann ja nicht sein dass wir den Schlüssel übersehen also ich habe den schlüssel nicht gefunden dann suchen wir hier nochmal was zu verwerten hier 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 leute ich würde sagen das war es für heute wir haben das war es dann dazu kann ich nur noch sagen mein schatz hat leider auch einen schlüssel gefunden und somit stehen wir jetzt da da hast du will werden so dann noch einen schönen abend ach du scheiße kommt auch mal ein update zu diesem video bis dahin wir sind dann mal aus tschau ja tschüss ja tschüss ja tschüss ja tschüss